Hallo, liebe Deutschlernende! Ich bin's, Marco von Authentic German Learning und wie ihr vielleicht gehört habt, bin ich gerade in Vietnam. Sehr viele von euch haben mich gefragt, warum Vietnam? Nun, deswegen habe ich mich entschieden, dieses Video für euch zu machen, um diese Frage zu klären, denn anscheinend sind sehr viele von euch neugierig, warum ich gerade Vietnam gewählt habe als Reiseland, als Workation-Land, wie man das im Englischen so schön sagt. Ja, Grund Nummer eins ist, es bot sich einfach an. Ich hatte eine sehr gute Gelegenheit, hierher zu kommen, weil ich einen Bekannten hier in Vietnam habe und dieser Bekannte bot sich an, mir zu helfen und er hat mir sehr viel geholfen bei der Organisation. Insofern bot sich das an und es war gerade sehr praktisch, hierher zu reisen. Er hat mir auf Facebook geschrieben und mich gefragt, hey, na, wie läuft es in Deutschland? Hier ist es sehr schön in Vietnam. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann probiere ich das jetzt auch aus. Und es war eine der besten Entscheidungen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, im letzten Jahr gemacht habe oder diesem Jahr gemacht habe. Es ist echt schön hier. Ja, also der Bekannte hat mir nicht zu viel versprochen. Das Wetter ist warm, also das Klima ist warm, die Leute sind talfreundlich, also manchmal gehe ich in ein Geschäft und die Leute verbeugen sich vor mir. Das ist echt, wow. Also ich werde dadurch sehr ... Ich bin eigentlich ein sehr bescheidener Mensch und das fühlt sich sehr seltsam für mich an, wenn die Leute sich vor mir verbeugen. Aber es ist ... Ich meine, es ehrt mich und das finde ich total ... Ja, also für sie ist es, glaube ich, eine Freundlichkeit, die sie ausdrücken wollen. Sie wollen ihre Freundlichkeit ausdrücken, indem sie sich vor mir verbeugen. Und obwohl es ein bisschen unangenehm ist, dass sich die Leute vor mich verbeugen, finde ich das total nett und total freundlich. Ja, also so ist es gemeint und so möchte ich das auch erfahren. Ja, und ja, alles ist sehr günstig hier. Ich bezahle sehr wenig für Lebensunterhalt, für Miete und für Essen und so weiter. Das ist auch ein weiterer Grund. Ja, ich möchte mehr Geld zur Verfügung haben, um es in Authentic German Learning investieren zu können natürlich. Ja, also Authentic German Learning ist wirklich sehr wichtig. Ja, und ich werde weiter an Authentic German Learning arbeiten. Ja, manche von euch haben gedacht, so, okay, er zieht nach Vietnam. Okay, dann unterrichtet er da Leute oder dann hört er auf mit Authentic German Learning. So, nein, 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 nein. Nein, Authentic German Learning geht weiter. Es geht sogar viel besser weiter. Ja, ich werde nämlich so viel wie möglich in dieses Projekt investieren. Ja, das ist wirklich noch mein A und O. Das ist wirklich eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Ja, ist Authentic German Learning. Ja, und mit diesem Video möchte ich auch dir Inspirationen geben, Dinge zu ändern, wenn du denkst, dass du etwas Neues ausprobieren möchtest. Ja, weil ich habe ein paar Gründe, warum Vietnam, aber man könnte auch meinen, okay, na, warum bist du nicht nach Spanien gegangen? Da ist das Wetter auch schön. Oder warum bist du nicht nach Tschechien gegangen? Ja, ich kenne auch Leute in Tschechien. Die hätten mir auch helfen können. Ja, warum gehst du nicht nach Großbritannien? Ich kenne auch Leute in Großbritannien, die mir hätten helfen können. Ja, ich kenne eigentlich ziemlich viele Leute aus aller Herren Ländern. Ja, aus verschiedenen Ländern. Ja, im Deutschen sagen wir aller Herren Ländern, wenn wir verschiedene Länder meinen. Genau, und der Grund ist eigentlich, ich wollte nicht länger mit der Entscheidung warten. Ich wollte endlich die Welt sehen. Ja, und Vietnam ist auch sehr weit entfernt. Das heißt, ich sehe jetzt einen ganz neuen Teil der Welt. Ja, das ist auch ein Grund, warum ich gerade Vietnam gewählt habe. Ja, also es bot sich gerade an. Jemand hat mir geholfen, alles zu organisieren. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Es ist ein ganz neuer Teil der Welt. Und manchmal braucht man einfach ein bisschen Ermunterung. Und dieser Bekannter hat mich sehr ermuntert, hierher zu ziehen. Und ja, dafür bin ich total dankbar. Und ich hoffe, du hast auch jemanden in deinem Leben, der dich ermuntert, den nächsten Schritt zu tun, den du machen solltest, um ein besseres Leben zu haben. Ja, und für mich hat sich das wirklich so angefühlt, okay, das ist wirklich der nächste Schritt in meinem Leben. Das ist wirklich das, was ich gerade brauche. Ja, etwas ganz Neues. Ja, ein kleines Abenteuer. Ja, und ich bin froh, dich mitnehmen zu können auf dieses kleine Abenteuer. Und ich habe auch eine Wiedergabeliste für dich vorbereitet. Und die kannst du unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung finden. Und ich werde jedes Video über Vietnam dieser Wiedergabeliste hinzufügen. Nicht alle Videos in dieser Wiedergabeliste sind von diesem Kanal. Manche sind auch von meinem Zweitkanal, weil sie nicht wirklich relevant sind für das Deutsch lernen. Aber wenn du daran interessiert bist, wenn es dich interessiert, was ich so mache in Vietnam, dann schau dir diese Wiedergabeliste an und ich werde sie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, warum Vietnam? Und wir sehen uns später. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.